Wann ist die Familie dann endgültig und trocken? Ja, da ging das ja zu Ende, das hier heuerlich heißen. Ja, da hat sie auch so das Buch. Dann wird das zu Ende. Und mit diesem ganzen Team, mit dem Jugendteam, weiß ich auch noch genau, wo das zu erlauben ist. Und wo das in diesem Buch steht, das schlechteste Land hat, das würde auch so, auch hier in Schollbruch will das. Und der hat nur so kleine Hände auch, wo der Buch nicht gut fliegen kann. Und das würde genauso gut hier befreien. Ja.